So, willkommen zurück zu Kryofall. Ich bin immer noch auf der Suche nach den Rostpilzen, da sehe ich auch Mölte. Nehmen wir schnell hier noch ein bisschen was mit. Okay, Enwolf. Den sollte ich irgendwie weglocken oder kann ich gegen ihn kämpfen? So, Steinpilz, verdammt. Auf, lauf, lauf. Ist das auch nochmal ein Steinpilz, oder? Okay, der falsche Pilz. Komm, ich habe dich abgehängt. Bleib stehen. So, gut, das war dann wieder der falsche Pilz. Hat er für Ananas hier reichlich? Da läuft man. Da, das sieht aber jetzt mal gut aus, oder? Rostpilz, jawoll. Nehmen wir mit. Moment, wir müssen eh mal was trinken. So, und dann hatten wir ja in der letzten Folge den Obstsalat gemacht. So, schön. Hier nehmen wir auch noch ein paar Bären mit. Und dann lauf. Du blöder Wolf. Ich will doch nur nach Hause. Da dauert eine Schlange. Wieder irgendeine Basis von jemanden. Hier hat wohl keinen Strom. Aber ich sehe doch hier Solarpanels. Kühlschrank offline. Hm. Kollege bei dir ist der Saft, Alter. Hier sind die zwei, die... Hatten wir, glaube ich, schon in der ersten oder zweiten Folge gesehen. Krebs. Immer gefährliches Tier. So, endlich zu Hause. Jetzt aber pflanzliches Heilmittel herstellen. So, danke. Ah, nee. Ja, lerne Verhütung. Industrie Rang 1. Baue Schmelzofen. Okay. Technologie. Industrie. Verhütung. Kupferstreitwolzen. Okay, was war's jetzt? Schmelzofen herstellen. Ähm. Na. Nicht dagegen hauen. Hör auf damit. Hm. Werkbank. Moment. Konstruktion Industrie. Ähm. Baue Schmelzofen. Entwurf platzieren. Und bauen. Ein paar Steine haben wir hier. So. Stelle her. Kopferbachen. Interagieren. Kopfererz. Hm. Zweige. Dann werde ich, glaube ich, nochmal so einen Obstsalat kochen. Ehm. Ähm. 30 Sekunden. Achso. Hier. Okay. Dann. Ups. Dann hat hier was. Maximal herstellen. So. Guck mal. Wie sieht's aus. Ein Kupferbachen. Ich soll zehn Stück herstellen. Ich glaube, da ist noch nicht mal genug Kupfer mit. Wir essen nochmal was. Was? Hm. Hol ich mal jetzt noch ein bisschen Kupfer. Oh. Jetzt wachsen hier oben Pilze. Ihr wollt mich doch veralbern. Tanten. Was ist das? Äh. Eisenerz. Das ist das. Falsche. Stelle her. Kupferbachen. Das war Schwefel. Wo habe ich das Kupfer gefunden? Das benutze ich halt auch keinen Kupfer. Hm. Hier klappt jemand anders. Ich glaube, der klaut mir gerade mein ganzes Kupfer. Nein. Der hat das ganze Kupfer mitgenommen. Richtig mies. Ich nehme ein paar Steine mit. Herkupfer. Jeder Handgriff bringt ja im Grunde was. Überleben Level 2. Sehr gut. Baue eine Farm, wäre noch eine Quest, wollen wir da erstmal weitermachen in der Richtung. Bis dahin ist vielleicht wieder ein bisschen Kupfer im Land. Wir schauen erstmal zum Schmelzofen. Ähm... Mist, kein Platz. Sand. Moment, wir nehmen Kohle, packen. Geht da hin. Holzkohle. Asche. Asche. Kann ich irgendwas zusammenpacken hier? Da. Ja. Zudem. Runter. Hasche da hin. Kupfer da. Ja. Wir haben 10 Stück hergestellt. Optimal. Oh Gott, es ist dunkel. Ähm... Dann... Quest. Einkassieren. Schalte eine Fähigkeit frei. Viermal haben wir auch geschafft. Landwirtschaft. Erlernen die Grundlagen für Landwirtschaft. Landwirtschaft. Grundlagen. Ja. Bauer. Farmland. Ähm... Nahrung. Farmland. Ähm... Meine Fackel ist aus. Moment. Werkstatt. Fackel. Herstellen. Da. So. Farmland. Bauen. Zu nah an der Klippe wollt ihr mich... Okay. Muss ich das Farmland bei mir in der Basis bauen? Das halte ich aber... Quatsch. Na ja gut. Baue Landwirtschaftliche Werkbank. Landwirtschaftliche Werkbank. Entwurf platzieren. Baue mal da hin. So. Und jetzt fertig machen. So. Pflanze. Ein paar Samen. Karottensamen. Bräuchte ich eine Karotte. Wo bekomme ich Samen her? Das muss ich vielleicht alles erst mal lernen. Jagdwerkzeuge. Wir haben so viele Punkte. Komposter. Holzgießkanne. Hm. Kartoffeln. Paprika. Tomaten. Gurken. Bräuchte ich eine Paprika. Bräuchte ich Karotte. Gurke. Tomate. Ja. Schlecht. Ich muss Gemüse finden. Und ich vermute das darf... Das muss wildes Gemüse sein. Ich kann ja nicht bei meinen Nachbarn hier stehen. Wir laufen mal nach Norden. Und wir laufen mal nach unten. Er hat mich bestimmt gesehen. Aber er kann ja nicht wissen, was ich so suche. vielleicht muss ich wieder nach süden in der stelle wo wir den wolf gesehen hatten das sei ja wie die sah ja aus wie eine schöne fruchtbare ebene hier lauert schon wieder ein wildschwein ananas mal schnell schauen ob es hier kupfer gibt kein bisschen mist hat den pilz nehmen wir uns mit dann gucken wir mal was essen wir erst mal wieder diese dinge nie probiert violette bären schmackhafte violette bären essen und trinken steigt gut trinken ist voll mehr oder weniger nix dran und jetzt schon wieder küste ich muss wohl zu dem wolf moment ist das was zum ernten nein krebs geh weg am strand brauche ich nicht nach gemüse suchen schlange hier gibt es schon echt viel küste nein naja ok wir ernten ja auch genug beeren das war glaube ich noch mal das rote eilkraut rohnen geh weg wir wollen hier nichts tun das ist doch bestimmt eine tomatenpflanze hier schaut nach tomate aus wenn ich jetzt um boxe komm ich darf vielleicht samen nein oh ein garten ein garten ernten ach komm ich brauche nur ein paar samen hier sind wir wieder am wasser mit denen ihre häuser sind ein wenig größer ach du bist es wieder die haben einen riesengarten hier sind wir wieder an alles liegt brach alles liegt brach grünes heilkraut grünes heilkraut ich dachte ich zieh dran und am anderen ende ist eine möhre ernten nein 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 auch nichts dran ok wir machen mal eine kleine wanderung wir sind jetzt nicht sonderlich hungrig oder so ich glaube der hatte so ein hooverboard ein hoverboard was bist du wahrscheinlich eine violette heilschlanze ja hmm bühne ne straße ein eisenbarren gefunden im müllhaufen hier kommt ne straße da muss doch holzstapel achso wir sind schon wieder über voll ok wir beenden hier mal die folge tschüss ciao bye bye bis zum nächsten mal ab 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 ab